Zurück aus der Länderspielpause, rein in den 26. Spieltag. Ballbesitz sind gleich Ballaktionen, Ballaktionen, sind gleich Kick-Base-Punkte, viele Kick-Base-Punkte. Das wollen wir doch alle. Deswegen der 26. Spieltag, er wird zwar nicht so hergeben, 2200, 2300, 2400, kannst du dir schon mal abhaken, außer du triffst wirklich die Top-11 schlechthin, so die Top-11, die besten 11, weil die Bayern gegen Dortmunder spielen. Und was habt ihr für ein Gefühl, wenn ihr das Ding hier seht, den 26. Spieltag? Ein geiles Scheißgefühl, Fragezeichen, mulmiges Gefühl, Vorfreude, denn Bayern gegen Dortmund ist zwar aus neutraler Sicht eine enorme Vorfreude, Problem ist, da ist nicht viel Ballbesitz, da ist nicht viel Ballbesitz. Und direkt mal die erste Frage, die ihr mal gerne in die Kommentare hören könnt, stellt ihr alle Bayern auf? Stellt ihr alle Dortmunder auf, volle Kapelle? Wen lasst ihr unten? Und vor allem, wen antzipiert ihr eventuell überraschenderweise nicht in der Startelf? Und die lassen unten? Oder vielleicht Startelf-Überraschung, auf wen gambelt ihr? Legt mal in die Kommentare, weil ich, es geht wahrscheinlich wie ein Gekämpfer-Spieler da draußen, so, wir können nur mutmaßen. Wir haben Trainings-Eindrücke gesehen, danke Torben Hoffmann für die tolle Berichterstattung von Sky. Wir haben Trainings-Videos gesehen teilweise, aber sonst, wie willst du die Startelf zusammenstellen? So, es könnte Überraschungen geben, sagen, nee, wird gemunkelt, oh, es gab Einzelgespräche, Kancelo, es gab Einzelgespräche, Gravenberg, es gab Einzelgespräche. Wie viel willst du reininterpretieren? Gibt es Überraschungen? Schreibt es in die Kommentare mal. Haut einfach mal eure Meinung zu dem ganzen Spiel in die Kommentare. Und so geil das Spiel ist, aus Kickback-Sicht sind aber andere Spiele viel interessanter und heute im Fokus der Ballbesitz. Diese Statistik habe ich euch mal rausgesucht, Platz 1 bis 18. Das sind die Statistiken, die prozentualen Ballbesitzanteile der jeweils gegnerischen Mannschaft im Hinterkopf behalten. Heimspiele prozentual oftmals noch höherer Ballbesitz als bei Auswärtsspielen. Wir suchen also Teams, die hier vielleicht in den Top 3, 4, 5, 6 sind und am besten noch ein Auswärtsspiel haben, weil sie da an dem Gegner richtig reinbuttern. Kommt, nehmt ihr den Ball, macht eh die Kickback-Punkte und die suchen wir jetzt. Brauchen wir nicht lange suchen. Augsburg spielt auswärts gegen Wolfsburg, Wolfsburg wird profitieren, Lacroix wird profitieren, ein Fischer wird eventuell profitieren, preiswert reinzaubern, wenn ihr vielleicht in der Pressekonferenz mitbekommt, dass der Kollege fit ist. Maxi Arnold wird profitieren, vor allem Maxi Arnold auf der 6 wird wahrscheinlich durch diese prozentual 4, 5 Prozent mehr Ballbesitz, weil es gegen Augsburg geht, weil es daheim geht für die Wölfe, wird wahrscheinlich in Kickback-Punkten 20, 25 Punkte allein schon mehr machen, dadurch, dass die Pässe nicht in der eigenen Hälfte stattfinden, sondern in der gegnerischen, weil die Augsburger erst mal sagen, ey, macht ihr mal das Spiel, kommt ihr mal, kommt ihr mal, wir schalten schnell um, wenn es dann eventuell klappt. Aber auch vorne sind die Wölfe interessant. Oma Mamouche und Kaminski und Wimmer wären so meine drei, die ich interessant finden würde, weil Augsburg durchschnittlich drei Scorer pro Spiel zulässt. Bedeutet Tor oder Assist. Drei geht zwar nicht, obwohl vielleicht eine abgefälschte Torvorlage oder irgendein Gicke wird erst den Ball abprallen oder sowas, aber wer soll die Dinger machen? Ich erwarte im Heimspiel Wolfsburg wahrscheinlich vier bis fünf Torbeteiligung. Und wer hat die denn meistens bei den Wölfen? Offensivmann, Mamouche ist immer mit dabei, über den Standard, Wimmer oder Arnold, Felix Mescher vielleicht mit Nazio Hai, jetzt vielleicht auch mal wieder mit vorne drin. Also Wölfe hätte ich wenig Schuss rauszuzaubern, zwei, drei Schamts auch in meinen Startelf. Auf Platz zwei, danke Hertha. Danke Hertha für jede mehr Kick-Bass-Punkte. Auch da Hertha auswärts gegen Freiburg. Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Was ist, wenn Freiburg viel Ballbesitz hat? Dann ist Winsche Grifos Comeback zu einer soliden 250er-Punkte-Leistung nicht weit. Das sieht nicht ganz so schlimm aus wie Kamada. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Kamada jetzt gegen Bochum nach Heim. Vielleicht auch mal wieder eine Upside. Für mich wären Grifo und Kamada beide Spieler. Sollten sie in der Startelf stehen, was bei Kamada ja leider nicht hundertprozentig klar ist. Aber ihr seht es morgen Abend. Wenn das zwei Spieler, wo ich an diesem Wochenende mich trauen würde, Risiko gehen. Und ich traue mich, ich stelle Grifo auf jeden Fall auf, Kamada. Aber ich traue mich zu sagen, ihr werdet es bereuen, wenn ihr euch überlegt, die Kollegen aufzustellen. Und ihr macht es nicht. Rizzo Dorn, auch interessant. Können vielleicht auf der 10 starten. Viele Rohpunkte. Gregoritsch, Gelbsperre, Höfler vorne rein. Dorn einer. Salai könnt starten. Risiko. Große Upside. Worst Case startet nicht. 10 Minuten. 10 Punkte. Und sonst. Höler. Heimspiel. Herder. Viele Tore auch da. Ich gucke mal. 2,8. 2,8 Torbeteiligung pro Spiel gegen die Herder. Auch solid. Auch machbar. Höler. Höler-Grifo-Kombi. Dann haben wir zwar noch Union. Union. Geht auf die Ballbesitz. Könnte auch eine Falle sein, wenn man jetzt zu viele Unioner rein stellt. Union seit 17 Heimspielen ohne Niederlage. Jetzt kommt Stuttgart einer der auswärts schwächsten Teams. Würde ich sofort aus Klick-mäßig sagen, du musst hier zwei, drei Unioner einstellen. Wenn ich die Statistik sehe, ey, du hast keine sicheren Punkte bei Union. Du musst wahrscheinlich auf zu Null hoffen. Du musst auf den Sieg hoffen und auf die Leute setzen, die die Kisten machen. Becker angeschlagen. Behrens könntest du vielleicht reinzaubern für den Preis. Würde wir ja wahrscheinlich starten. Laidouni macht eventuell Sinn für 4,7 Millionen. Aber viele Rohpunkte werden die trotzdem nicht machen. Weil Ballbesitz wollen sie ja nicht. Dann hast du Schalke und Bochum noch. Schalke daheim gegen Leverkusen. Leverkusen auch viele Ballanteile, viele Ballaktionen. Ein Wirts wird sich lohnen. Ein Diaby wird sich lohnen. Adli würde sich theoretisch lohnen. Du kannst aber auch davon ausgehen, dass eventuell, ich wäre so 60, 40 pro Asmund tatsächlich. Brauchst du einen Adli gegen Schalke, die sich hinten reinstellen, die den Ballbesitz Leverkusen überlassen. Der macht vielleicht mal ein Comeback-Spieler zum zehnten Mal Sinn. Sada Asmund, sorry für die ersten acht Male, wo ich gesagt habe, stell ich ihn auf, er liefert. Palacios macht Sinn, viele Ballaktionen. Andrich macht vielleicht sogar Sinn, obwohl er eher defensiver ist. Und du hast dann Bochum gegen Frankfurt. Frankfurt, Ballbesitz daheim. Die können eigentlich keinen Ballbesitz. Die wollen keinen Ballbesitz. Aber aus Kickbasis ist für mich, also nicht für mich, für uns alle, ist das eine enorme Chance. Frankfurt daheim mit 60% Ballbesitz bedeutet Philipp Max viele Aktionen gegnerst der Hälfte. Und auch, wo ist er? Aurelio Buter. Viele Aktionen gegnerst der Hälfte und eventuell ein Kamada. Und ich weiß, ihr wollt alle, dass er in der Offensive spielt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, er darf auf der offensiven Acht ran. Und dann sind das, ist das wie bei, wahrscheinlich so ein Guardiol am Wochenende oder ein Soboschlei, wo wir gleich drauf kommen, können den grünen Balken schon reinschreiben. Perfekte Überleitung, da sind sie. Die Rohpunkter des Wochenendes. Für mich eine der attraktivsten Duelle. Drei Leipziger werden für mich Pflicht im Spiel. Habe vor allem Guardiol im Blick. Statistiken 2023. Die sechs meisten Pässe in der gegnischen Hälfte, kombiniert mit Pass, präzise langer Pass und Pass letztes Drittel. Joshua Guardiol als IV. Kranker Wert, relevanter als Orban inzwischen. Forsberg ist interessant, sollte sehr wahrscheinlich starten. Olmo hätte ich Risiko. PK klang eher nach Einwechslung. Heidara hätte ich Bock drauf, viele Offensivfraktionen, aber am meisten Bock. Soboschlei. Und auch Henrichs. Henrichs hätte auch richtig Bock drauf. Wo ist er? Wo ist er? Einmal hier aufs Bild bekommen, Benni Henrichs. Und gefühlt ist ab Samstag, 18.30 Uhr, Risiko. Risiko, weil du weißt nicht, wie Bayern Dortmund ausgeht. Quoten gehen alle Richtung Bayern. Ja, Tuchel, neuer Trainer. Macht wahrscheinlich Sinn. Trainereffekt noch damit dahin. Könnten 2-0 für die Bayern werden. I don't know. So keiner knows das. Und vor allem sind das Teams, ihr seht es auch nochmal hier schon eingeblendet, die Bayern geben keinen Ballbesitz. Deswegen, Dortmund, ich habe es am Anfang gesagt, vielleicht mal jemanden draußen lassen, Fragezeichen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Köln-Gladbach-Derby, eigene Gesetze. Eigentlich Köln-Offensive, schwach wie noch was. Könnte natürlich sein, dass der Kollege, wo ist er? Thema Rohpunkte und Stürmer, ne? Pff. Ach, kein grüner Bike, sieht nicht so geil aus, aber der könnte ganz gut Rohpunkten wenigstens, was Stürmer angeht. Sonst, ey, ich würde mich gar nicht, ich würde es mich nicht trauen. So, wenn Sie bei Ihnen, sehe ich wieder in der Startelf, könnte ganz gut Rohpunkten. In Stindl, weiß ich auch nicht, in Jonas Hofmann, wer hat das? Jonas Hofmann, wo ist der Kollege? Habe ich rübergescrollt gerade, ne? Wenn du 32,3 Millionen über hast mit deiner Startelf, der nutzt sich immer. Der wird in grünen Balken, kannst du genauso schön reinschreiben, grünen Balken, das safe machen gegen Köln. Und dann Bremen, Hoffenheim. Bench und ich haben eine wilde Wette, das will ich ganz kurz noch erzählen hier. Bench und ich haben eine Wette, ich sage, dass Bebu und Baumgartner mehr Kipp-Base-Punkte machen als hier Dux und Füllkrug. Weil ich so ein bisschen an das Hoffenheim glaube, das ist null Statistik basiert, das ist rein Bauchgefühl. Aber, Transition, ich habe meine Elf schon aufgestellt, ne? Meine Elf schon aufgestellt und ich habe Pavlenka und Stark in der Truppe. Weil die Statistiken sagen, schon Hoffenheim offensiv, das bringt relativ wenig ein, ne? Das ist so, hier stelle ich statistisch auf, heute nach Ballbesitz und vor allem eventuell zu Null-Wahrscheinlichkeit. Mit Bench kann ich die Wetten machen, die emotionalen. Ja, Diaby wird's Kombi. Habe auch über den Palacios nachgedacht, habe mich aber dann eher für Wolfsburg entschieden, weil Heimspiel und vor allem gegen Augsburg. Das Team, was die meisten Ballbesitz abgibt. Wimmer, Mamouche, Arnold, Somschleik, Guardiol, Hendricks, Somschleik, Guardiol, Hendricks, schon wieder ein Call, weil ich aber Bock drauf habe. 650 Punkte. Grifo, 200er, Stark, Pavlenka muss halt zu Null geben, dann auch wahrscheinlich kombinend 300. Eigentlich kannst du, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, kannst du keinen 2000er hinlegen, ne? Aber die Elf, und das sage ich jedes Wochenende, kommt ganz nah dran. Und der 26. Spieltag steht nicht nur für den Ballbesitz und nicht nur für gegen Rassismus, was auch eine wichtige Message ist. Er steht auch im Namen der Challenges. Wir haben die EA Sports V23 Challenge, wir haben die Typico Challenge. In beiden Challenges gibt es VIP-Tickets. So, gibt es was Geileres als ein neutraler Fußballfan im Stadion bei Bayern oder bei Dortmund, sich einer der geilsten Spiele des Jahres reinzuziehen und dabei Euken-Eat, Euken-Drink, die besten Plätze haben im ganzen Stadion? Ne? Dann rein in die Challenges. EA Sports Challenge und die Typico Challenge. Für dich genau das Richtige. Und jetzt der Wechsel zur Liga 2. Auch da steht der 26. Spieltag an und in der Liga 2 gibt es keine Person auf der ganzen Welt, bin ich mir relativ sicher, die sich besser auskennt als Tusche. Deswegen schauen wir uns auch einfach mal an, wen Tusche, Thorsten Matuschka, aufstellt für den 26. Spieltag. Das ist die Elf von Tusche und die hat mit Ballbesitz gar nicht so viel zu tun, weil das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, Düsseldorf spielt daheim gegen Hamburg. Klara in der Startelf, Karbovnik in der Startelf, Kovnatski in der Startelf. Und alles andere verstehe ich. Drei Pauli-Spieler daheim, das macht völlig Sinn. Fajic gegen Karlsruhe, da wird eigentlich auf die Kiste kommen. Kaufmann, Warnicek, die schießen die Dinge auf die Kiste. Stojkovic in Form. Wen haben wir noch? Becker. Becker check ich auch nicht ganz. Denn Bielefeld ist so ein bisschen im Kommen und vor allem liegt Bielefeld. Holstein Kiel. Bielefeld seit drei Bundesligaspielen, das ist jetzt kein Megawert, aber für Bielefeld ist das ein Megawert, seit drei Zweitligaspielen ungeschlagen und gewann die letzten fünf Spiele im direkten Vergleich gegen Holstein Kiel. Bin mal gespannt, ob der Becker bei Tusche einschlägt. Schauen wir in Liga 2 auch nochmal auf den Ballbesitz, den die Mannschaften dem Gegner überlassen. Braunschweig, Sandhausen, Lautern, Regensburg, Rostock relativ weit vorne. Wer sind Gegner am Wochenende? Karlsruhe macht Sinn. Da haben wir noch Hannover macht Sinn. Pauli macht Sinn. Heidenheim macht wahrscheinlich Sinn aus Kickballssicht. Habe ich nicht gesagt. Magdeburg macht daheim wahrscheinlich Sinn. So. Und aus diesem Statistik-Snack hier in der Euralsch-Championschip ist bei mir diese Elf geworden. Drei Pauli-Spieler. Tomiak-Lute-Defensive. Ich glaube an zu Null der Lauterer, aber das bin ich hier. Das bin ich der Fan, der hier sitzt. Drei Karlsruhe. Dann zwei Magdeburger. Und vorne Maximilian Bayer, weil es vom Budget einfach so gepasst hat. Das ist auch manchmal der Grund, warum ich jemanden aufstelle. Und das war es mal wieder. Lasst Daumen nach oben da, folgt dem Kanal, lacht es euren Freunden. All-Arsen-Championschip jede Woche, Donnerstags, normalerweise 18 Uhr, heute etwas später. Schönen Abend. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.